Wussten Sie, dass das neue EU-Reifenlabel langfristig zu einer verbesserten Verkehrssicherheit beiträgt und Ihnen hilft, die Kraftstoffkosten zu senken? Das neue EU-Reifenlabel, das am 1. Mai 2021 in Kraft tritt, liefert objektive, verlässliche und vergleichbare Informationen zu den drei wichtigsten Reifeneigenschaften. Dem Rollwiderstand und damit der Kraftstoffeffizienz, der Nasshaftung und dem externen Rollgeräusch. Ihr Reifen- oder Fahrzeughändler wird Ihnen das EU-Reifenlabel für die in Frage kommenden Reifenmodelle vor dem Reifenkauf zur Verfügung stellen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Doch welche Reifen sind betroffen und was genau zeigt das neue EU-Reifenlabel? Die neue Verordnung gilt für PKW, Transporter, Bus- und LKW-Reifen. Für den Rollwiderstand und damit die Kraftstoffeffizienz reichen die Labelklassen nun von A für die beste Kraftstoffeffizienz bis zu E. Die Nasshaftung wird ebenfalls von A bis E eingestuft. Und für das externe Rollgeräusch des Reifens zeigt das Label sowohl die Dezibelwerte als auch die Geräuschpegelklasse, bewertet von A bis C. Außerdem gibt es, wo zutreffend, zwei neue Piktogramme, die sich auf die Performance des Reifens bei starkem Schneefall und die Haftung auf vereisten Straßen beziehen. Auf dem EU-Reifenlabel ist ein QR-Code enthalten, der zu der Europäischen Produktdatenbank für Energiekennzeichnung, kurz EPREL, verlinkt. Hier finden Sie neben dem EU-Reifenlabel auch das Produktdatenblatt für jeden Reifen. Die beiden Dokumente können Sie bei Bedarf herunterladen und ausdrucken. Das neue EU-Reifenlabel hilft Ihnen somit bei einer fundierten Kaufentscheidung, sodass Sie sich bewusst für sichere, geräuschreduzierte sowie kraftstoffsparende Reifen entscheiden können. Weitere wichtige Reifeneigenschaften, wie zum Beispiel das Fahrverhalten, die Bremsleistung oder die Laufleistung eines Reifens, sind bei dem neuen EU-Reifenlabel nicht berücksichtigt. Wenden Sie sich hierfür gern an den Reifenhändler Ihres Vertrauens oder sehen Sie sich die Ergebnisse unabhängiger Reifentests an. Auf dieser Basis sind Sie bestens vorbereitet, um den richtigen Reifen für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.